So, und dann mal gucken. Wir werden das hier erstmal so ein bisschen ganz grob abpumpen lassen. Ich bräuchte hier auch noch mal eine, wie heißt es, einen Motor dafür. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir das Gebäude überhaupt machen müssen. Nicht allzu hoch, aber auf jeden Fall so ein bisschen, denn das Ganze muss ja dann noch anders gemacht werden. Also wir machen halt jetzt hier erstmal ein bisschen was in den Tank hinein, einfach damit da unten alt auf Wasser rausgepumpt wird. Habe ich denn hier noch irgendwo so einen Motor, so einen, ja nicht so einen Stirling-Motor, sondern so, und wie hieß er denn? Das, was du brauchst, hast du natürlich mal wieder nicht. Okay, wie war das? Motor, da, Redstone-Motor. Okay, ja, das krieg ich vielleicht. Aber nur vielleicht, wenn ich daran denke. Ähm, brauchen wir auch wirklich erstmal nur einen. Das heißt, wir brauchen dat, wir brauchen dette, wir brauchen eine Fritte und ein bisschen Redstone. So, haben wir dat. So, dann brauche ich nicht so, sondern so. Oder? Wie war jetzt das Rezept, verdammt? Gar kein Holz. Doch, da oben Holz. Okay. Ähm, ja, ich brauche sowieso erstmal Zahnräder. So. So. Reicht natürlich nicht. Wer hat das gedacht. Hier nochmal den hier. Flupp. Und machen wir noch ein zweites. Das ist das schönste Zahnrad, das ich jemals gebaut habe. So. Zack, zack. Du dahin. Glas. Habe ich natürlich nicht da, wo ich es gerade brauche. Äh, und dann noch das Holz. So. Dann bräuchte ich noch einen Hebel. So, also machen wir den hier, dat hier. Und dat. Jo. Läuft. Okay. Dann, 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 dann. Die hölzerne Flüssigkeitsrohre hier sind ganz toll. Den kann man ganz viele tolle Dinge machen, wie zum Beispiel einen Motor anschließen. Das befüttern mit so einem Gedöns. So. Okay. Also, das ist halt jetzt sehr rudimentär erstmal, bis halt da unten so viel weggepumpt ist, dass ich sage so, jo, dat reicht erstmal. Gucken wir mal. Ich meine, es gibt natürlich produktivere Pumpen, aber darum geht es mir ja nicht. Mir geht es tatsächlich so ein bisschen ums Optische. Und, ne, wenn Buildcraft irgendwas hat, dann, ne, es sieht halt schön aus, als jetzt hier zum Beispiel halt die NIO-Leitung, wo du halt nicht siehst, dass da irgendwas durchläuft, ne. Das, das mag ich halt irgendwie an dem Buildcraft-Rohr und das halt siehst, was da durchläuft. Auch itemtechnisch und so. Itemtechnisch werden wir das halt nicht immer machen. Aber, mal gucken. So, läuft das Ding denn jetzt da oben? Oder fehlt da jetzt noch was? Läuft das noch nicht genug? Oder, muss ich das an die Pumpe dran machen? Hm. Machen wir das mal an die Pumpe ran. Muss es selbst gerade nochmal wissen, wie war das jetzt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil im Moment macht hier ja gar nichts. Und von gar nichts sehr, sehr viel. Und man, das Ding hat ja jetzt hier... Ist ja hier. Jo. Bisher ist halt noch nichts an Wasser abgepumpt. Und ich frage mich gerade, warum. Ich dachte eigentlich müsste das... Ah, doch. Es geht. Also muss es tatsächlich an der Gerät. Nicht an... Ans Rohr. Okay. Na dann. Gut zu wissen. Finde ich ja ein bisschen merkwürdig, aber ist okay. So. Dann. Kümmern wir uns hier um die weiteren Stützen hier. So. Müsste es sein. Hoffe ich. Hoffe ich. So. 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 Nein. Okay. Sieht hier noch nicht danach aus, als ist hier überhaupt irgendwie Wasser abgepumpt. Wobei man sieht, dass hier so ein bisschen am Schädel ist. So langsam, ja, Wasser abgesaugt wird. Wie hier flächenmäßig so ein bisschen was wegkommt. Also man kann es schon erahnen, wohin das dann irgendwann mal führt. Die Frage ist halt, wie lange braucht das Ding, bis es halt dann das für mich erreicht hat, was ich halt haben will. Das weiß ich leider nicht. Na, aber der Tank befüllt sich, das ist okay. Kann er gerne machen. Ich meine, so viel Wasser brauchen wir insgesamt halt nicht. Ich meine, dieses Wasser werden wir halt gebrauchen. Unter anderem, um dann die Waschanlage zu befüllen und so ein Zeug. Die übliche Leier, man kennt das ja. Und vielleicht dann auch mal eine Waschanlage, die mehr und schneller produziert, als so die anderen bisher. Oder die andere. Ja, und das würde ich halt gerne dann so erstellen, dass es halt, ja, so ein Klotz einfach ist auf vier Beinen. Da kommt halt, ja, diese hier an die Ecken wieder hin. Ja, keine Ahnung, wie hoch ich das halt machen muss. Können wir das schon mal so ganz grob hier schon mal hinbauen. Dafür brauche ich, ja, nehmen wir einfach mal ganz, ganz billige Erde hier. Also wir lassen halt die Pumpe halt so, wie sie ist. Ganz klar. So, das ist dann mal eine neue Wasserfläche. Wer hätte es gedacht. Kommst du mal da hin. Machen wir hier sowas ringsherum, damit das Wasser auch nicht rausläuft. Halt so ein künstliches Wasserbecken einfach in diesen Pumpenstationen gedönsdingens. Was man halt dann von außen da nicht sieht. Verstehst? Gut. Ich nehme mich auch. Na, und dann kommt hier dann halt die zweite Pumpe drauf. Und wir haben ja gelernt, wenn wir das dann halt so machen, Da haben wir eine unendliche Wasserquelle. Das ist ja etwas, was wir sonst nicht haben. Also das Wasser, was halt da unten rausgesaugt wird, das ist ja dann tatsächlich auch irgendwann mal weg. Das klingt abartig, ist auch so. Ja, sonst würde ich das halt ganz klar so lassen. Aber das, ähm, nein. Das geht doch nicht. So. Und dann kommt dann hier die Pumpe hin, die halt wirklich dann absaugt. Warte mal, da muss ich ja auch wieder so ein Schummelblock hier machen. Ich habe keine Erde mehr. Ähm, okay. Ähm. Habe ich noch Erde hier? Ja. Wollte schon sagen nein, aber ja. So. Also kommst du da hin. Du kommst da hin. Und Wasser befüllt sich ja relativ zügig hier. Das ist eigentlich ganz okay. Und dann kommt halt hier dann der Motor ran. Und hier kommt dann halt das wirkliche Rohr hin, das halt mal ein wenig runtergeführt wird. Ja, und hier wird es halt abgekopselt, damit hier nichts mehr rauskommt. Weißt du? Weißt du, weißt du, weißt du? Halt, ne? Geschummelt ein bisschen. Und hat halt einfach nur Sinn und Zweck. Und man hat halt dann auch das Gefühl, als würde dann die Pumpe unten da es pumpen, weil da ist halt immer noch der Schlauch. So, sieht man denn schon, dass da Wasser abgesogen wurde? Ja, nee. Dauert immer noch. Okay. Gut, da wir halt eh Glas noch brauchen, beziehungsweise weitere Tanks, könnte ich die halt auch nochmal eben schneller da hinbauen. Wir haben hier noch nicht Glas fertig. Das ist toll. Mach mal... Ja, nicht das. Mach mal eher... So. Genau, jetzt ist hier mit Sand befüllt. Jetzt kann hier meinetwegen auch wieder Mörtel und so da hin. Jo. Einfach damit wir jetzt einmal Glas produzieren. Weil der Tank ist nämlich bald voll. Und dann muss ich nicht sagen. Wir werden vielleicht auch das Rohr tatsächlich nach oben verlegen. Das ist halt ähnlich wie... wie hier, dass es von oben befüllt wird und von unten dann halt weg... transportiert wird. Guck mal. Da füllt das hier tatsächlich so einigermaßen reihemäßig auf. Das wird so interessant. Wahrscheinlich je nachdem, wie viel er gerade hat. So, und von hier aus müssen wir halt auf jeden Fall noch ein Rohr legen. Hier hin. Da bin ich am überlegen, ob ich das tatsächlich ausnahmsweise mal... Mh, nee. Nee, das machen wir anders. Ich hatte überlegt, ob ich das unterirdisch verlege. Aber warum? Wenn wir doch einfach hier was machen können. Weißt du? Kommt hier der... ganze Block hin? Na, wir müssen ja den Tank nicht immer sehen. Wobei, es hat seine Vorteile, wenn wir ihn sehen können. Oder? Na gut, wir haben... Wir können hier rüber sehen, wie viel Lava wir drin haben, ne? Okay. Können natürlich auch hierfür... Es gibt von Ender.io diese Flüssigkeitsrohr, ne? Ender.io... Ähm, wie war denn das? Keine Ahnung, wie es heißt. Wie heißen denn jetzt diese Flüssigkeitsleitungen, ne? Flüssigkeitsdruckleitung. Ich glaub, sowas würde mir schon reichen. Ich bräuchte mir ja ziemlich glas, glas. Hm. Allerdings, ich säg gerne Lava durchschließen, ne? Na komm. So. Nein, falsches Rohr. So, und hier dann noch so ein Goldrohr ran. So. Nein. Nein. Ach. Kann ich's auch gar nicht hier betrachten. Na, wir haben halt den ersten Tank, der halt hier dann immer Lava befüllt, wenn wir dann halt irgendwann einen Motor da nochmal dran gebaut haben. Da ist immer noch nicht wirklich weniger Wasser. Okay, wie sieht's hier aus mit Glas? Ist soweit ein bisschen fertig. Ja, eigentlich ist es uns wieder über dem宮. Und wenn man von denengestellt. Und dann 제일 Nachrichten ist die Laguntzeuge. Und ich will also weiter tauchen deninity. Und ich denke mir auf für Sie plano. Und dann wenn ich nicht. Und du Vincevicke.